Das ist der Georg. Georg ist einer von den guten Menschen, denn Georg ist Politiker der Grünen. Und bei den Grünen ist er so wichtig, dass er sogar in einem richtigen Parlament sitzt, dem Abgeordnetenhaus von Berlin. Weil Georg bei den Grünen ist, ist er ganz doll lieb zur Natur. Wenn die nicht kommt, dann müssen wir uns auch in Berlin überlegen, ob wir eine Umweltabgabe zum Beispiel auf einen Weg Kaffeebecher machen müssen. Noch viel lieber ist er zum Klima. Da ist ihm die Natur dann manchmal auch egal. Und weil es Klima nicht nur in Berlin gibt, sondern überall auf der Welt, fliegt Georg auch überall hin auf der Welt, um da das Klima zu schützen. Klingt komisch, ist aber so. Hier schützt der Georg das Klima zum Beispiel in Burma. Das heißt zwar seit Jahren Myanmar, aber das hat der Georg noch nicht mitbekommen. Da kommt man auch nicht mit der Berliner U-Bahn hin, aber vielleicht ist der Georg die 7600 Kilometer ja mit dem Fahrrad gefahren. Aber das ist noch nicht die weiteste Reise, die der Georg gemacht hat, um das Klima zu schützen. Nach Thailand sind es nämlich sogar 8700 Kilometer. Hier in Kopenhagen hat der Georg sich nicht nur um das Klima gekümmert, sondern auch um die Sache der Queering-Community. Dafür kann man dann schon mal 350 Kilometer weit fliegen. Wintersport macht der Georg nicht im Harz oder auf der Zugspitze, nein, zum Skifahren reist er in die Slowakei und zum Snowboarden ins Kleinwaisertal. Für Skipisten werden übrigens Bäume gefällt und die Grünen meckern immer, dass sie die Bodenerosion verstärken. Deshalb musste sich der Georg das natürlich aus der Nähe ansehen. Und weil ihm vom Skifahren kalt war, reist er danach an den Lake Tahoe. Der ist in Kalifornien und damit von Berlin genauso weit weg wie Thailand. Und wenn man schon in Amerika ist, dann kann man natürlich auch Bilder aus dem Flugzeug posten oder von dem Riesen-SUV, mit dem man dann durch Amerika fährt. Hier in Portugal schaut sich Georg mal an, wo Europas Klima aufhört. Und dann hat er das Klima noch geschützt in Bilbao, New York, Mailand, Chicago und Liverpool. Wir sagen, danke Georg. Ach ja, was macht der Georg eigentlich, wenn er mal nicht verreist? Dann rät er Leuten, die gern mit Streichhölzern spielen, welche Autos sie anzünden sollten. Und die machen das dann auch. Bei anderen Leuten würde man das Anstiftung nennen. Bei Georg ist es Klimaschutz. Und heute원 ist Klimaschutz.